Und damit willkommen zurück bei Annas Quest, wo wir in einem Traum gerade sind, um den Segen eines Geistes zu erhalten. Und ich weiß gar nicht, was wir hier machen sollen. Wir sollten ein Büchlein uns besorgen. Was ich natürlich hier sehe. Gussi-Tails, Tails von der Upper Palatinate, Kinder- und Hausholz-Tails. Grandpa hat alle von mir aus dem Dorf gekauft, aber ich kenne sie alle von dem Herzen. Ähm, Grandpa... Hast du noch ein Büchlein gekauft? Komm schon, jetzt. Es ist sehr lecker. Okay. Oh, was ist da hinten? Ich glaube, dass ich es vorher nicht gesehen habe. Dann nehme ich das doch. Äh, ich habe ein Büchlein gefunden, aber ich glaube, dass ich es nicht erreichen kann. Du denkst, dass du es für mich für mich bekommen kannst? Oh, du meinst nicht... Ich weiß nicht, dass ich es nicht weiß, dass ich es nicht weiß. Ich weiß. Warum nicht wir einfach eine der Faerie-Tails, die du so sehr liebt hast? Wir haben sie immer und immer wieder gelesen, aber wir haben sie nicht schon gesehen. Oh, Hannah. Ich bin wirklich nicht so sicher. Diese ist über jemanden, der... Well, nicht alle Storien müssen von jungen Menschen gehört werden. Was hat er denn jetzt schon wieder für Bedenken, der Opa? Ich bin nicht so ein kleiner Kind, du weißt. Ich kann nicht Kinder-Storien immer wieder gelesen. Ah. Du bist ziemlich richtig. Ganz richtig. Aber lass mich dir etwas erzählen. Ist das etwa ein pornografisches Werk, oder? Du musst wissen, diese Storien sind über schrecklichen Menschen. Eine Horrorgeschichte. Die werden dich trinken und dich verlieben. Und das ist doch komisch. Das ist doch komisch. Also, wir haben die Farben nicht verlassen. Hopp ins Bett und ich bekomme das Buch für dich. Also. Ach. Der kann auch die Likin lesen. Das wird so interessant. Das ist doch komisch. Die Geschichte kennt man ja. Es ist nicht passiert. Wenn mich nicht alles täuscht hat, ist gerade die Geschichte von Erdkönig. Ja. Hi Anna. Ich bin gut, aber... Hm... Okay. Mein Name ist Anna. Ich bin froh, dich zu treffen. Ähm... Anna? Ich bin froh, dich zu reden. Ich bin froh, dich zu reden. Oh, ha ha. Silly me. Du warst mit... Wait... Was? To the ghost? Ich bin froh, aber ich glaube... Du kannst nicht reden, kannst du? Hm, ich verstehe. Okay, well... Ich... Ich... Ich bin froh, dich zu retten, Frau Frau. Es ist nur... Ich bin... Du siehst... Ich glaube, du kennst wahrscheinlich sie. Ja... Ähm... Die Sache ist... Ich brauche deine Hilfe mit etwas. Ein Spell. Warte! Warte! Nicht gehen! Rats! Ich hoffe, sie hat nicht zu weit weggegangen. Okay. Also... Meine Güte, jetzt kann ich auch noch mal was sagen. Ähm... Es ist ja schon recht merkwürdig. Die ganze... Welt oder... Ja... Ich finde es ein bisschen surreal. Irgendwie... Wenn man dem Opa so zuhört, dann... Hat man das Gefühl, es ist... Nirgends sicher. Nur auf seiner... Nur in seinem Haus. Auf seiner Farm. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Mein Leben, die da mitten in der... Oder gibt es da keine Menschen weit und breit? Dass die da mitten in der... Wildnis leben? In der Einöde? Und rundherum nur böser Wald? Oder... Ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Naja... Jedenfalls, jetzt haben wir ja schon mal die... Jolinde beschworen. Und die hat sich gleich darauf wieder verdrückt. Das... Wie ihr Freund. Wo ist er denn jetzt hin? Ah! Aha! Ah, da bist du! Oh... Oh, Liebe. Hier... Die Katze! Die Katze ist immer noch an... Du musst du die Mädchen, die du sprachst. Yorinda... Ich... 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 Ich weiß nicht, wie du dir sagen. Die Katze schnurrt! Ich denke... ...Yorinda kam hier für dich. Er wollte dich finden. weil er sich... Du hast dich kennengelassen... ...und du... ...und du, äh... ...nä... ...und du... ...und du... ...und du... ...und du sonst ein... Um... ...I... ...ich... ...ich... ... aber... ...ich... ...und du kannst dir wirklich dir helfen! Jetzt haut die auch ab, das gibt's doch nicht. Die scheinen mir irgendwie nicht so hilfsfrei zu sein. Was machen wir denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt hin? Ist sie jetzt ganz weg, oder? Ah. Ach, guck mal einer an. My precious Nightingale, it is you. At last I found you. Oh, thank the kingdom I found you, Yurinde. Now that we're together once again, no one can bother us. Oh my, Yurinde. Was ist das denn jetzt? Oh, das nervige Mädel. Uh, I'm sorry, Yurinde. I wanted to help her. Really, I did. I just, I was just so excited to see you after all these years. Please, forgive me, my love. Let's do this, together. Ta-da. Awww. True love is so sweet. Ja, ja, ich glaube, jetzt haben wir den Segen. Danke, Yurinda. Und Yuringe. Ich will das Spell, nur so wie du siehst. Ja, genau. Und wir haben ja jetzt fast, naja, fast alles. Wir brauchen noch immer die Haare. So. Ich weiß nicht, was die Haare in die Haare hat. Die Haare ist Kultron, wo all die Magie passiert. Ich habe noch ein paar Dinge für das Spell. Ich brauche noch ein paar Haare der Haare. Dann wird ich endlich wieder weit weg von dieser wickigen Haare kommen. Wir gehen jetzt nochmal hoch. So, und dann gucken wir nochmal. Ach, die Hexe. Hier müssen wir irgendwie an dieses Rohr kommen. Und ich weiß nicht, warum ich da nicht... Ja, das weiß ich ja. Ein Stück entfernen. Hä? Wie? Wieso geht das denn jetzt auf einmal? Das habe ich doch schon mal versucht. Da konnte sie nix raus... Was? Äh... Das ist doch nicht zu fassen. So, kann ich das jetzt rausspülen. Okay, Taps funktioniert. Ja. Und jetzt? Wenn ich die Haare nach unten stehe, kann ich die Haare mit dem Wasser fliegen. Ach so, ja. Ich dachte, ich könnte die Haare direkt runter schwülen. Aber gut, dann weiß ich doch. Nimm mal doch mal den Kurken hier und verstopfen das. So, jetzt aber. Zum zehnten Mal jetzt. Ja. Mhm, gib mir mal ein schönes, langes, ekliges... Das ist so, so gross. Ja. Das glaube ich. So, jetzt haben wir ja alle unsere Zutaten. Für den kleinen Zaubertrunk. Und jetzt sollte das ja mal funktionieren. Ah, Kessel. Gib mir die Haare. Die Haare da rein. Done. Den feurigen Drachen. Oh, wie süß. Wie? Ach so, schnell geht das. Zack. Und heiß ist es. Gut, dass wir den mit Kerosin getankt haben. Äh, Paraffin. So, und jetzt hier einen Schluck trinken. Ach so. Ach so. Genau, nee, warte mal. Jetzt musste ich das Amulett da... ...noch reinhauen. Oh, es ist wirklich schweinig jetzt. Ich denke, es hat funktioniert. Sehr schön. Sehr schön. Bin ich jetzt geschützt, oder was? Das Amulett hat sich gemacht. Für Grandpa. Dann warte nicht. Geh weiter und weiter. Ich wünsche dir gute Glück. Und alles. Auf die Beste. Ich muss, ich wollte gerade sagen, ich muss noch den Bären holen. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Muss ich jetzt einen Zauberspruch aufsagen und dann werde ich weggebeamt, oder? Wie war das? Wie war das? So, was ist denn jetzt hier? Was ist denn mit ihm? Lebt sie jetzt nicht mehr? Hallo? Oh, was? Hä? Oh nein! Wo kommt die denn auf einmal her, die Alte? Wie ist die denn da reingekommen? Hat die nicht gerade noch unten geklopft? Und was ist mit dem Loch? Hat die das weggespachtelt, oder was? Steht da nicht so rum? Mach was! Also, was ist denn jetzt? Die wird ja wohl, die muss ja übers Dach gekommen sein. Oder ist die jetzt unten zur Tür rein? Nee, aber die wird ja wohl, die wird vermutlich über das Dach geklettert sein. Und hat dann das Loch weggezaubert, oder wie, damit wir da nicht entkommen können. Genau so mussten wir entkommen. Wir mussten ja, mussten uns ja abseilen. Okay, äh, ja, ja, naja, tatsächlich habe ich schon gedacht, dass wir es schaffen. Ich denke nicht, wo bist du plötzlich hergekommen? Ja, das würde mich interessieren. Ja, also, das ist nur ein weiterer Teil meines Planes. Ja? Achso? Ja, also, das ist nur ein weiterer Teil meiner Planes. Was bist du hier? Ich dachte, du würdest mich zu retten, also habe ich ein bisschen von meinem eigenen Magik gemacht. Was? Was das bedeutet? Hmph, es ist nicht wichtig, jetzt auch. Es ist Zeit, um ein Ende zu tun. Ah! Ben? Uh, nein, nicht Ben. Ich würde doch fragen sollen, wie der hier reingekommen ist. Jetzt werden wir es nie entfahren. Was kommt denn jetzt? Ein Haar? Nein. Bitte? Nein, du hältst jetzt nicht still. Bewege dich doch! Hallo? Anna, ich bin Angst. Es ist okay, Ben. Du musst nicht bemerken. Riech aus deinem Lund. Du bist in der Flüge, in der Flüge, in der Flüge. Ich bin hier, Ben. Ich werde uns schützen. Das kann doch nicht wahr sein. Ähm, klick, 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 bewege dich. Hallo, klick, klick. Es geht nichts. Hier. Uh! Hmph, nein, ich kann nicht. Ich kann nicht, dass ich sich nicht richtig fokussieren kann. Es ist, als ob es eine Art von Schutz rundherum gibt. Schutz. Ein Geist. Hä? Ein Geist beschwörend. Ja, dann sollte ich das mal tun. Was ist denn hier? Wir haben... Wir haben... Geist. Zauberstab. Ah, okay. Ähm... Ui. Ah. Cool, das Amulett funktioniert. Es kann nicht sein. Wie könnte du... Ich dachte, ich müsste mir das noch rum im Hals hängen. Häh? Ich will nicht schauen. Ich weiß nicht, wie du das getan hast, Kind. Aber es wird immer noch lange dauern. Ich werde es dann... Eventuell. Was mache ich denn jetzt? Ähm... Wir haben... Boah, was haben wir denn? Wir haben... Ich kann ja mir ein Buch nach ihr schmeißen, ne? Ich glaube, es gibt keine Schäden, die mir hier helfen können. Ich kann mich hier... Äh. Ja... Okay, warte mal. Ähm... Ja... Warte mal doch mal, warte doch mal. Ich nehme... Hier. Was ist denn hier mit? Kann ich da... Oh nein, zu spät. Oh, Glückwahrt. Jetzt aber. Ja, ich werde dich jetzt hier... Ich werde ein... Achso. Kann ich den nicht irgendwie... Warte mal. Ich komme nicht näher ran. Sekunde mal. Ich klaue den Zauberstab. Jetzt mach doch. Jetzt! Dramatische Szenen spielen sich ab. Ach... Was jetzt? Geht's jetzt zu steil? Ist sie jetzt tot? Ding, dong, die Hexe ist tot. Oder was? Und da tippeln sie davon, der Bär. Lalalalala. Ah, endlich! Wir haben es geschafft. Hoffe ich. Wir haben die Hexe besiegt. Ich hoffe, wir kriegen für allemal. Die Frau und der Bär. Die Frau und der Bär. Die Frau und der Bär. Finally machte ihre escape. Running deep into the woods. Her goal now in sight. Anna knew just the place. They would need to seek next. Die Stadt von Wunderhorn. As die Mirror described. Lay in wait for the pair. To make their arrival. Aber die journey. Would be long. The quest had just begun. And their run-in with evil Would not be their last. Okay. Auf nach Wunderhorn. Hold on, Anna. Oh, Ben, I'm sorry. Are you okay? Okay.